heute herzukommen auf den kanal stano gaming und heute schon mal wieder wie ihr sehen könnt eine runde minecraft insel ja das ist wieder die minecraft insel die ihr sehen könnt ihr seht auch ich habe die koordinaten nicht verpickelt denn wir machen heute oder wir machen auf dieser minecraft insel ein bisschen friedlich das heißt wir bauen uns alle häuser also wir bauen häuser ja muss man kurz etwas schreiben ja ungefähr also wir machen hier alles ein bisschen friedlicher jetzt das wollte ich sagen so wir sind ja auch gerade in diesem haus von nur müsse das sein also praktisch ich weiß gar nicht wie der in game heißt aber ja ich habe ja auch keine op rüstung ich will auf jeden fall auch ein bisschen neue was zur hölle weiß auch gar nicht was das hier ist angeladen du selbst basteln neben den ich hier ließ lassen sie mich in ruhe so ähm also wir haben hier auf jeden fall vieles geändert das seht ihr hier auch schon aber ja gut das war ich nicht das war ich nicht so ich muss mal hier kurz was einstellen so hier dies lassen sie mich einstellen grafik nicht fällt auf 60 grad und auch chance auf 30 so an warum doktor bei mir denn kein dings ich frage mich gerade wo die ender kiste hin die ender kiste ist irgendwie weg und irgendwie leckt dieses spiel die ganze zeit das ist ja also ich weiß tatsächlich gerade gar nicht wo die ender kiste hin ist also nennen wir gut die ender kiste ist mal wieder weg egal wir machen uns jetzt erstmal brot ich zeige euch gleich hier so ein bisschen was alles denn hier so ist so also das hier ist jetzt die base von mike also auch meine base gleichzeitig das ist auch mein haus hier werde ich auch drinnen wohnen das heißt ich werde hier auch vieles bauen ich denke mal ich werde hier auch noch ein bisschen quartz fahren gehen und dann hier auch so die ganzen häuser dann also dieses haus ja auch so ein bisschen aus quartz besteht weil jetzt besteht es ja hier gerade hier wie ihr sehen könnt ob ich aus schwarzem beton und weißen beton wäre geil wenn das tatsächlich auch dann irgendwann in quats ist vor allem sie wird ja mal was hier weg bauen und da weißen beton immer okay ja also hier entsteht auf jeden fall eine stadt hier werden wir viele dinge bauen ja was dann noch so gebaut wird weiß ich nicht wir planen ja auch hier straßen hinzubauen ja ich zeige euch jetzt genau ach so ja hier ist jetzt noch nichts eingerichtet hier wird noch ein bisschen was eingerichtet aber dauert noch ein bisschen außerdem seht ihr hier auch was zur hölle was zur hölle ist das gefällt auch gerade auf dass hier diese müssen hier weg also es kommen die zombies hier und so hier rein das ist nicht cool wir kommen hier auch ein egal auf jeden fall das hier ist die base beziehungsweise das haus von mir und mike hier sind auch zwei hunde fragt mich warum hier zwei hunde sind da ist auch irgendwie ein loch hat sich irgendwie einer reingebaut ich habe auch keine ahnung was hier auf dem server passiert hier ist auch gerade keiner online ich weiß auch nicht ob jetzt hier irgendeiner noch online kommt ich denke mal nicht ja hier oben ist auch noch irgendwas hier fehlt ein blog kommt man kommt man ja hier ist auch noch irgendwie so eine fläche wo man letztendlich sein kann hier kommt man wieder runter also irgendwie ist ja alles ein bisschen kaputt und noch nicht eingerichtet also es fehlen auf jeden fall noch paar dinge wir wollen hier auf jeden fall noch viele dinge machen hier auf jeden fall auch straßen hin platzieren straßen was ich auch brauche ist auf jeden fall ein bücher also eine bücherei wo ich ein paar dinge machen kann so genau hier irgendwie behutsamkeit drin genau ich habe glaube ich sogar soweit ich weiß auch noch ein bücher irgendwo drinne so egal egal oh jetzt sogar kies kommen wir nicht hoch hilfe also das wird jetzt hier auch noch eine kurze folge sein denke ich mal ich will auf jeden fall tatsächlich auch am samstag also eigentlich heute für euch ist das glaube ich heute ob das ganze so funktioniert seht ihr ja dann ob ich schlecht bin ihr seht es auch also wenn ich live komme um 19 uhr also um 19 uhr werde ich praktisch dann live gehen und ein bisschen ein bisschen streben aber mal gucken ich habe auch gar keine idee was ich so in dem stream machen soll und ja also ich brauche auf jeden fall viel als wenn später irgendwie jemand hier online ist der irgendwie ein bücherregal hat und sowas würde mich freuen wenn die mir hier irgendwie sachen geben könnten mal kurz gucken ob hier irgendwo ein bücherregal ist also das hier ist die bank von base von nor steine wende hier ist gar nichts drin es macht mir sechs eisenwaren drin aber ich glaube natürlich nichts ich will eigentlich nur gucken junge zur hölle wenn ich nur gucken ob hier irgendwo in seinem kack zaubertisch ist irgendwo ein zaubertisch aua nähen nicht ich möchte mal hier runter hallo danke so ah hier ist eine enderkiste genau hier ist noch mein ganzes stuff drin also auch erhaltbarkeit 1 ist hier drin kraft 3 wir brauchen wir brauchen erhaltbarkeit 1 jetzt mal ehrlich ich habe auch gar keine verzauberten sachen müsst ihr wissen ich habe 58 praktisch schmied vorlagen mal denke ich mal hier rein ich habe 2 machen knochen hier drin hier lieber die netherite weil die sind sehr wichtig ich glaube hier war man tatsächlich ein zaubertisch der irgendwie nicht mehr da ist hier ist auch schon wieder was gebaut also irgendwie wird hier schon wieder beklaut also das geht immer gar nicht goldene elfe habe ich auch das hier ist eigentlich alles schrott was ich habe direkt heilung kraft ich habe vier bücher ich brauche aber kein buch ich brauche ein zauberdings was ist hier drin? na ist hier ein zaubertisch irgendwo nee das soll einfach nicht ein schrank sein oder sowas naja aber hier ist auch nix ey Junge ich fahre jedes mal da rein gut 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 wir haben hier noch irgendwie was zu essen ja wo ist Rind vielleicht ne ja aber sonst habe ich eigentlich auch nicht viel also mein Schwert ist halt nur verzaubert also ich bräuchte auf jeden Fall einen zaubertisch kann man kurz jemand ich schreibe mal kurz den Kollegen hier on ähm äh so ah der fragt auch gerade ob ich um 19 Uhr live bin äh Tisch so ich brauche einen zaubertisch das ist ein bisschen blöd hm ich will nämlich auch mal verzaubern hier Maxed Out Rüstung machen tatsächlich Schärfe 3 Schärfe 3 ist kacke ich habe ja auch ein Eisenschwert und Schärfe 4 ne und was ich auch machen will ist äh überall Reparatur drauf machen aber da wird äh 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 ähm schwer mhm äh so ja okay er hat mir gerade geschrieben dass irgendein äh nicht weil also er hat ein ähm zaubertisch aber er weiß nicht wo also hier denke ich wird nicht drin warum ich denke mal der war hier und irgendeiner hat den wieder geklaut wie das hier irgendwie üblich ist bei der Minecraft-Insel weil hier oben ist nur ein Schlaft mal hier ist nichts weiter ne gut dann gehe ich mal weiter runter ich fall da jedes Mal durch ne da war da ist das mal hier unten ne hier sind nur irgendwie Hühner ähm sooo sooo ist da hier schwarzen Beton oder was oha gut dann baue ich doch wenn also nur falls du das hier siehst ne ich ich baue eine Straße kommt man ja hier oben kann man die nicht öffnen aber wenn ich mich jetzt frage was vielleicht auch nur so ein Trick ist ne rechtlich nicht äh äh bam bam ja gut dann wird hier auch irgendwo anders keine drinnen sein ne ne ja da wird auch keine drinnen sein ja und oben ist nichts gut dann hat er anscheinend doch keinen kann man mal hier kurz gucken was das hier sein soll irgendwie angeln laden und selbst angeln ah kann man hier angeln okay interessant was die hier gebaut haben angelladen gut wir könnten allerdings mal so ein bisschen eine Straße bauen Problem wird nur wie ich würde ja hier auch tatsächlich einen Fußweg bauen das heißt die Straße fängt ungefähr hier so an habe ich eine Schaufel? nö ich bin sogar zu arm um eine Schaufel zu besitzen so so okay hauen wir das hier mal alles weg übrigens die Minecraft Insel Videos werden denke ich mal ein bisschen länger gehen das ist so circa 20 Minuten anstatt nur so wenig so Bruchstein dann können wir das ja auch nämlich mit Fäßchen wieder zubauen aber wisst ihr was was wir jetzt erstmal machen erstmal verbessern wir jetzt hier das Haus sieht ja bescheuert aus also wortwörtlich so auch hier mal machen wir das hier zu was soll das sein? so hier fehlt auch irgendwie ein Block warum macht er das hier hin? das ist doch Betonverschwindung jetzt mal ähnlich so hier fehlt auch Junge hier fehlt auch was warum ist das jetzt drei breit? so perfekt der Block kann auch weg so repariert jetzt können wir die Straße machen so bin ewig auf jeden Fall was ist hier eigentlich drin? nix nix ist hier drin ich glaube hier wird irgendwas gebaut was? was bleibt wohl die Frage? mir Kohle egal äh Erde brauchen wir nicht wir brauchen weißen Beton nee warte mal ich brauche schwarzen Beton was mache ich denn hier? hm schwarzen Beton so wollen wir die zwei breiten machen oder nur eine ich brauche die erst mal bis hier hin denk mal ich mache die zwei breit ja doch zwei breit ist glaube ich geil ich glaube ich mache die zwei breit würde glaube ich geiler aussehen die Frage ist tatsächlich nur ich brauche auf jeden Fall gleich ein bisschen essen weil ich bin einfach nur komplett arm mit essen ich glaube ich bin irgendwann mal gestorben und deswegen habe ich kein Essen mehr so zwei dann machen wir das hier auch mal alles weg so bam 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 was ist das? warum ist hier ein weißer Beton? man 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 also bauen ist glaube ich nicht deren Stärke das machen hier eigentlich überall Fackeln jetzt mal ehrlich also die Fackeln die sind ja hier wirklich überall aber okay so was halt ein bisschen kacke ist halt immer also die Enerkiste ist wirklich einfach die Meta weil du kannst da einfach deine Sachen reinpacken die jetzt nicht unbedingt geklaut werden wollen ähm das ist auf jeden Fall geil auf jeden Fall klaue ich ja nicht diese Blöcke weil jeder braucht eine Straße ne warum warum aber ich glaube das ist ein bisschen zu wenig ne ich glaube tatsächlich der Alex hat hier wieder ein bisschen geklaut weiß doch gar nicht wie lange Minecraft Insel geht ne also äh man hat ja immer nur einen Monat praktisch hier dieses Kauf und dann äh ist das Abo ja irgendwie erstmal gekündigt dann muss man es wieder neu holen und der Mike der finanziert das ja also Grüße gehen raus und auf jeden Fall auch ein Dank warum wird es jetzt schon wieder Nacht mal ehrlich da habe ich mein Bett mit ja das ist doch nice so henne ich mich jetzt lege ich mich jetzt erstmal hier hin um ein bisschen zu pennen so danke fürs also die Nacht geht jetzt sehr schnell rum so hier kommt noch schwarzer und jetzt eins zwei drei vier machen wir die Spuren nur so drei lang ja ich glaube das passt so so und dann eins zwei drei ja sieht das geil aus wenn das nur drei sind ja ich denke schon eins zwei drei komm wir bauen hier erstmal alles weg wird ja eh alles gebaut so bam 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 so hier kurz das Bett das weiter weg so eins zwei drei zack eins zwei drei zack eins zwei drei zack eins es ist perfekt perfekt ist das so wir können hier auf jeden Fall schon mal den boden bisschen weiter bauen wir müssen nur gucken mit der schwarzen mit dem schwarzen beton tatsächlich weil so viel haben wir tatsächlich mehr davon brauchen auf jeden fall viel mehr schwarzen beton den kriegt man ja durch äh dingsbums eins zwei drei so ja aber das sieht doch schon mal geil aus dann können wir eventuell gleich nochmal einen Fußhink machen ich glaube ich mache den aber offscreen vier so eins zwei drei da sind nur zwei ne so hier muss der schwarze hin man die Erde ist ja auch ein bisschen blöd aber ich muss mir auf jeden Fall gleich mal eine Schaufel machen oder sowas so ich glaube so gelassen wir das erstmal dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen jetzt schwarzen beton so da haben wir Steine ja können wir das hier erstmal wieder ein bisschen zubauen dass hier nicht so viele Lücken sind so ich weiß gerade gar nicht wie diese Fußwegdinger gehen haben wir hier irgendwo eine Workbank warum nehme ich mal eine nehme ich mal kurz runter äh hier perfekt ah ne wir brauchen den Ofen haben wir hier Kohle dann sind die alle arm um Kohle zu besitzen haben die denn wenigstens Holz so ah was ist hier eigentlich drin gar nichts macht denn hier einen Zaun und fahren das hier ähm ich gucke mal kurz bei den Nachbarn ob der ein bisschen Kohle hat weil ich habe tatsächlich gar nichts das ist so ein bisschen das Ding ist hier ein Ofen ja ist hier Kohle drin ah ist nix ja geht auch so machen wir hier erstmal 64 Dinger rein wir sehen uns gleich Leute wenn ich das hier einmal durchgebraten habe so da bin ich wieder der Noah ist jetzt auch am Start achso warte mal der ist jetzt ist der hier oben äh der meint hier wahrscheinlich die Dinger ne Aua ähm hier hallo wo ist er denn jetzt schon wieder hin vergisst er sich einfach oder was hä der hat sich einfach in Luft aufgelöst egal ah da ist er ja wieder jo geil ja jetzt haben wir auf jeden Fall auch eine Rüstungs äh Dings Bums bitte achso wir müssen ja hier hoch ja kann denn hier raus da machen hier zwei Fäden warum kann ich nicht rennen hallo wir rennen ach auf Steuerung renne ich machen wir das so weiß es nicht hm das ist jetzt die Frage ne geiler wird es natürlich anders aussehen gut wir haben jetzt nur 12 ok aber wenn wir das jetzt hier überall hin machen wird es denke ich geil aussehen ne ok Leute ich würde aber sagen das war es mit dem Video wenn es euch gefallen hat lasst gerne Like und Abo und Kommentar da wir haben jetzt auch auf jeden Fall auch noch eine Inytra die wir auch geil benutzen können ähm ich frage den jetzt nochmal ob da irgendwie einen Zaubertisch hat und ja aktiviert die Glocke damit ihr kein Video mehr verpasst habt einen traumhaften Tag haut rein und euer Snow ciao ciao Outro Outro